Musik Vor Frankfurt, das sind insgesamt vier Hochhäuser, die wir mitten in der Frankfurter Innenstadt errichten. Musik Wir bauen an dieser Stelle vier Hochhäuser gleichzeitig und mit PERI haben wir frühzeitig schon quasi in der Entwicklung der Hochhäuser zusammengearbeitet und da schon die ersten Planungsideen haben einfließen lassen und konnten auch bewusst in die Architektur, in die Tragwerksplanung mit eingreifen. Also hier auf der Baustelle kann man fast jedes PERI-System beobachten und sich anschauen, was es aktuell im PERI-Katalog gibt. PERI-Up, DOMINO, MAXIMO, die ganzen Klettersysteme, die es bei PERI vielleicht nicht alle, aber den größten Teil Typen haben wir schon, denke ich mal. Ja, die Zusammenarbeit läuft grundsätzlich gut. Wir haben einmal eine Woche in JoFix, wo wir die anstehenden Arbeiten gemeinsam besprechen, terminieren und antakten. Klar gibt es immer wieder Schnittstellen, aber dafür sind wir da, um das Vorstelle zu regeln. Die tägliche Zusammenarbeit mit PERI macht mir sehr viel Spaß. Vor allen Dingen die Projektleiter, die von PERI hier draußen sind und mich jeden Tag bei der Arbeit unterstützen und mir auch ein bisschen den Rücken frei halten, ist für mich wirklich sehr positiv. Und wenn das so beim nächsten Projekt auch wäre, würde ich mich sehr freuen. Zusammenfassend würde ich sagen, eine langjährige, gute Zusammenarbeit, auch in einer freundschaftlichen Basis, die bis jetzt immer eigentlich ohne Probleme funktioniert hat. Partnerschaftlich, innovativ, klasse.